So, da sind wir wieder. Ich hoffe, in der Folge schaffen wir es dann endlich, das hier fertig zu bekommen. So, er trägt den Stahl hier hin. Jetzt erntet er irgendwas. Achso, der trägt jetzt auch was hier hin. Ich hoffe unbedingt, dass wir dieses scheiß Ding besiegen. Das ist sowas von nervig. So, Architektbefehle, Zone, Heimatgebiet verkleinern. Also das ist nicht unser Heimatgebiet, weil sonst laufen die Tiere da wieder hin. So, jetzt hoffe ich, das Vieh bleibt jetzt erstmal hier drin. So, er hat irgendwie Zusammenbruchrisiko hoch. Ich nehme an, bestimmt weil keine Drogen mehr da sind. Ich habe probiert einen Panda zu zähmen. Aber es war anscheinend nichts. Okay. Könnten ja das Ding eigentlich irgendwie rauslocken. Wenn wir uns da drüben irgendwie mit hinstellen. Ja, ich weiß auch noch nicht so. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das machen. Sicherheit, eigentlich müssten wir ja noch ein zweites mit hinmachen. Ach, der geht schon hier hin. Der baut schon. Ey, unser ganzes gutes Stahl. Jetzt greift er das nämlich wieder an. Seht ihr? Aber jetzt knallt der, der knallt jetzt auch. Super. Jetzt ist es wieder abgehauen. Okay. Zempel-Wildschwein. Zemp-Panda. Zemp-Wildschwein. Dann reparier das mal hier. Schnell, schnell, schnell. Reparieren, reparieren. Jetzt knallt er das gleich wieder ab. Das Ding, das muss doch mal irgendwann tot sein, ey. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Ach, der hier holt das. Okay. Repariert. So. Ist das schon wieder hier? Äh, 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 Struktur. Halt! Heimatgebiet. Jetzt ist das schon wieder Heimatgebiet. Das soll nicht Heimatgebiet sein. Das Ding. Auf jeden Fall haben wir ihn schon gut verletzt. Boah! Repariert zu Ladenlage. Okay. Ich glaub, er wird grad nicht. Wie viel hat das Ding noch? 83. Okay. Boah! Irgendwann müssen wir das Ding doch mal haben. Kann ich nicht in Heimatgebiet? Ach so, weil's nicht im Heimatgebiet ist, kann's nicht repariert werden. Also müssen wir das zum Heimatgebiet machen. Und dann sie reparieren lassen. Ja, die Solaranlage ist natürlich auch voll. Ach, sie ist wieder ganz okay. Ein bisschen schneller Lauf. Ach so, es geht grad nicht. Boah! Unsere Solaranlage. Wieso knallt das Ding nicht? Ach, weil das Ding nicht im Gebiet ist. Das ist aber auch ein Schlingel. Repariert geschützt. Okay. Ach, die reparieren schon. Super. Hau ab! Hau ab! Scheko, hau ab! Ach, jetzt gibt's keinen Strom. Ist natürlich blöd. Hm. Weil's jetzt dunkel wird. Gibt das wieder keinen Strom. Die anderen liegen aber noch. Ist noch unfähig. Und das Ding auch. Aber das ist doch auch schon übelst verletzt. Das versteh ich nicht. Wie sieht's jetzt mit unseren Tieren aus? Was können die schon alles? Training. Äh, Rettung können wir schon. Leine. Gehorsam auch Transport. 4 von 7. Und unser Elefant. Null. Okay. Der zähmt gerade einen Panda. Gezähmt! Juhu! Jetzt haben wir auch noch einen Panda. So. Hier machen wir einfach mal nichts rein. Training. Der kann nur gehorsam sein. Ist ja schon mal etwas, ne? So, lassen wir mal etwas schneller laufen. So, mal hier drüben gucken. Alles noch ganz super. Ich denke mal, es könnte diesmal gut klappen, dass wir dieses Scheißding besiegen, ey. Ich weiß dann halt nur nicht, was unten mit dem Ding ist. Jetzt geht die Solar wieder hoch, subi. Und meine Leutchen wachen auch gerade auf. Entfernt hohes Gras. Befehle. Hier, das wollte man ja auch abreisen. Da wollte man ja jetzt auch langsam eine Wand hinmachen. Damit man hier nach und nach mal alles... ...ordentlich kriegen. Jetzt kommt das Ding wieder. Oh, oh! Das Ding scheint auch nicht immer zu treffen, so wie das aussieht. Ich mach mal Pause. Wir müssen irgendwie noch ein zweites Geschütz. So. Trainiert Panda, ruht sich mit den anderen aus. Tritt Feuer aus. Na, das ist Schwachsinn. Jetzt ist die Solaranlage wieder kaputt. Nein, ey. Das gibt's doch nicht. Ey. Unsere ganzen Materialien gehen nur für dieses Scheiß hier unten aus. Auf. Drauf. Ich hab gedacht, das muss jetzt schaffen, aber so wie das schon wieder aussieht, wird das wieder nichts. Und jetzt ist das Ding fertig. Und jetzt muss nur noch das Ding fertig werden. Trägt das mal das ganze Zeug hier hin. Ein Wildschwein hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Wegen Pandafleisch. Okay. Kann passieren. So. Äh. Äh. Zuweil. Zone. Heimatgebiet. Jetzt machen wir das erstmal als Heimatgebiet aus. Dann geht das Ding nämlich da vielleicht auch erstmal nicht hin. Erstmal. So. Das hier kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Struktur. Bambus. Machen wir erstmal die Eckdinger. Hört der Elefant. Der ist so cool. Schlafen alle. Du 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 duu. Also haben wir jetzt einen Panda, einen Wildschwein und einen Elefant. Das ist ja schon mal gut. Zu essen müsste man auch noch genug haben. Ja. So. Jetzt geht die Sonne hier hinten langsam auf. Jetzt machen wir das wieder. und jetzt machen wir das kleine Stück hier wieder als Heimatgebiet. So. Und diesmal haben wir zwei hier die Ballern. Da hoffe ich, dass das jetzt hier klappt. Das ist schon übelst verletzt. Feuer. Ja, ich weiß. Feuer. Auf jeden Fall knallt die beiden jetzt gut rein. Das müsste man jetzt eigentlich diesmal schaffen, ey. Los, nur noch ein kleines Stückchen. Oh, jetzt haben sie nicht getroffen. Scheiße. Die Geschütze. Ja, 54. Solarzelle geht auch noch ein bisschen. Das haben wir nicht getroffen. Oh, los. Trefft, ey. Jetzt wollen die hier das Feuer löschen, ey, Leute. Seid ihr denn nur bescheuert? Wow, jetzt bleibst du jetzt mal hier drüben? Tritt Feuer aus, ey. Die sind so richtig blöd. Stopp. Hat hier jemand eine Waffe? Rose, hast du eine Waffe? Nee, scheiße. Scheiße. Dann muss ich jetzt erstmal am Nahkampf angreifen. Oh, jetzt ist hier wieder alles kaputt. Und das Ding ist immer noch nicht tot, ey, Leute. Oh, Mann. Ich hasse es. Ich hasse es. Hab ich schon erwähnt, dass ich es hasse. Jetzt können wir hier wieder eine Solaranlage bauen. Und nochmal ein Geschütz. Prima. Ach ja, wenn's weiter nix ist. Den Panda, wollen wir den retten? Nee. Eigentlich nicht. Das ist ja nicht unsere. Nö, den lassen wir da liegen. Bei retten will ich den nicht unbedingt. Versorgt Rose. Das ist gut, denn lass den versorgen. Hab ich bereits von Shaco verwendet. Ich weiß halt nicht, wenn wir den retten. Ach los, wir retten mal das Tier. Kann nicht gerettet werden. Kein Schlafplatz für Tiere oder reserviert. Ist das Ding jetzt bald mal tot? Obwohl, warte mal. Das Ding kann ja jetzt... Der kann jetzt eigentlich hierher kommen. Und das Ding beschießen. Ja, wir haben's. Wir haben's, wir haben's. Wir haben's. Pause. Er, Nahkampf, hierher kommen. Los jetzt. Schnell, schnell, schnell. Shaco. Beschießen. Töten. Und er hier. Das Vieh töten. Müssen wir das auf jeden Fall ganz töten. Jetzt schießen wir den Panzer hier drinnen. Oh oh, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ich hoffe, der Panzer schießt nicht zurück. Boah, wir haben's. Wo ist jetzt... Stopp, Pause. Wo ist der andere jetzt? Hier, komm mal her. Und jetzt nehmen wir beide. Hierhin, Pause. Das Ding ist jetzt tot, oder? Ja, das ist tot. Das Ding müssen wir noch töten. Und du hier. Er kann die Dinger jetzt hier öffnen. Öffne antike Truhe. Mal sehen, was da jetzt drin ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, Pause. So. Sie retten. Er ist tot, okay. Ihn retten. Ja. Dann los, Beeilung jetzt. Zusammenbruch. Nimm Droge. Oh, ey, die mit ihren Scheiß-Drogen. Das geht mir auf den Sack. Ausziehen. 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 Die sind ja eh alle tot. Und er auch ausziehen. So. Kann er nämlich gleich das Gold mitnehmen. Und die Dinger, die tun wir abreißen. Das bringt nämlich einen Haufen Zeug. So, mit dem Panzer können wir eigentlich Ach, den können wir selber nehmen. Das ist ja krass. cool. So. Irgendwas stimmt gerade mit der Uhrzeit nicht. Sehe ich gerade. So, auf jeden Fall liegen jetzt alle nicht hier unten. Warte mal, das müssen wir mal als Gefangene im Bett nehmen. Und den müssen wir mal fangen. Der andere ist anscheinend abgehauen. Hat das jetzt unsere Gefangene, oder was? Ja, genau. Ne? Ein Werbergespräch. Ist natürlich blöd, dass wir die andere jetzt nicht... Dass wir das bei der anderen jetzt nicht auch gemacht haben. Oder wo ist... Oder haben die die einfach jetzt irgendwo abgelegt? Ah! Pause! Hier liegt noch eine. So. Perfekt. So, hier drüben ist jetzt auch alles super. Das können sie eigentlich auch nehmen, das Zeug. Verrottet da nicht überdacht. Ne, das lassen wir mal. Die können sie alle tragen. So. Das Eisen nehmen sie sowieso. So, die sind alle tot. Naja, waren zumindest zwei noch lebendig. So, dann müssen wir das bei ihr jetzt aber auch machen. Gefängnis, Anwerbergespräch. Und bei der haben wir das ja auch. Prima. Dann hoffe ich, dass das klappt. Party. Schon wieder Party. Obwohl, war ja schon etwas länger her, als wir Party hatten. Ey, endlich haben wir dieses scheiß Ding besiegt da drüben. Aber ich bin mal gespannt, was mit dem Panzer hier, wenn wir uns den holen. Da können wir uns dann bestimmt reinsetzen. Das ist bestimmt cool. Oh, hier unten sind Drogen. Das müssen wir mal verbieten. Sonst holen die sich das. Beruhigungswelle. Keine Ahnung, was das ist. Tierstörwelle, das weiß ich auch noch nicht. Okay. Die sind auf jeden Fall alle bei der Party. Und er zähmt Wildschwein, ja. Okay. Die Eckdinger haben sie hier auch gebaut. Strukturen. Dann können wir jetzt das nächste bauen. Das da. Ja, dann beenden wir erstmal die Folge. Und in der nächsten Folge müssen wir vielleicht mal unsere Bude hier ein bisschen aufräumen. Und gucken, wie das mit den Anwerbergesprächen noch so weiter geht. Und ja, bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten. Und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.